Wo kann man das Glas herstellen eigentlich? Wo man das Glas herstellt? Keine Ahnung. So, jetzt brauchen wir eine Tür. So, jetzt möchte ich die Tür. SS-Geräusch Team 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2019 Untertitelung des ZDF, 2020 falsche richtung da bin ich ja falsch da kann man dach bauen treppen bauen die feiltaste drücken die feiltasten drückst kannst du verschiedene formen bauen die feiltasten bei dem blog beiden links und rechts so eine schräge nehmen aber mit der dach ist ein metall oder ganz aus holz machen oder kupfer oder stein doch schick aus normalen stein meinst du kannst dir auch metallplatten wir haben zu wenig eisen für lehm brauchst du erde, da kann man auch lehm nehmen, wenn für dich lehm ein bisschen aussieht lehm? ja, wir brauchen nur ein bisschen erde abbauen ja, und aus welchem dings willst du das dach machen? ja, das sieht für dich am schönsten aus von dem also bräunliches oder das hell bis dritte bis zu ja, passt doch, sieht schön aus oh, nur ein bisschen erde abbauen ja, und das kannst du machen mhm das dach soll ich machen? soll ichs machen? ich check das nicht was steckst du nicht? jetzt bist du hin, erde also da was steckst du nicht? also brauche ich jetzt ja keine, oh ja für die mauer nimmer die blöcke, ne? oder wie? mhm wenn wir machen ja schlafzimmer durch die die blöcke bauen hast wo du? bitte? ich möchte hier die blöcke bauen oder wie? was willst du bauen? ich möchte hier die blöcke bauen oder wie meinst du das? mit die blöcke bauen, ja ja brauche wir ja keine tür unbedingt machen, kann man ja einen durchgang machen, oder? ja machen wir ein schlafzimmer und eine küche und wo man die ganzen, achso, wird das überhaupt reichen? oder brauchen wir eine treppe? ich denke, wir brauchen eine leitung oder eine treppe ich kann mal oben die schlafräume machen und unten ich brauche jetzt einen Sand Zuckerrübe ich muss erstmal anschauen, wie das aussieht ob es dir gefällt überhaupt ich hab nur erde und keinen sand ich brauche nur erde wer lebt was sagst du, holo? wie sieht's aus? wie sieht's aus? gehört das net, was die spitz irgendwie also das zsam geht na jetzt nach oben oder wie? ja wie willst du's bauen? ja weiß ich eben net die will's du spitzig nach oben bauen oder wie? ja wie willst du spitzig nach oben bauen oder wie? ja dach halt Wie hoch wird denn jetzt? 28 ist nicht die Welt, ne? Ne. Äh, komm schon wieder nicht raus, ey. Ich weiß nicht, warte mal. Ähm, was haben wir gesagt? Lehm, ne? Mhm. Du hast gesagt da. Ja. Moment, so hin, oder? Hm? So hin, Baron. Ja, ja, dann mag ich's so. Ich brauche aber sehr viel Erde. Sehr, sehr viel. Und ich glaube die, das ist, probier mal, ob ich da richtig fliege. Zeig mir, wenn das Licht angeht. Das ist ID 51. Äh, hast du dir eine Leiter gebaut? Nö. Warum kommst du da rauf? Jump'n'Warn Profi. Was? Jump'n'Warn Profi. Schau mal. Hm. Ich hab die Eckstücke. Schau mal. Ich hab die Eckstücke. Was? Was mach ich denn? Dass du da raufkommst. Ja, ich dir gleich. Na, ich glaub die Eckstücke muss ich sowieso machen, bis du da bist. Ja, ich brauch die Leiter. Moment, bin schon unterwegs. Ja, passt schon, passt schon. Ich komm nur, ich geh nur. Du siehst du hier das Segewerk, oder? Hallo. Wie der? Warte mir. Du siehst du das hier, oder? Dann gehst du hier drauf? Dann gehst du hier drauf. Dann gehst du hier drauf. So. So. Weitere? Wie springst du? Mit Leiter, Thorsten. Ich auch. Ah. Okay. Ähm. Ich höre. Bleki. Guten Abend. Guten Abend, Bleki. Und wie geht's, wie steht's? Ich war der Stream in der Früh, äh ich hab gesehen dass du in der Früh auch gestreamt hast. Warum gehst du nicht? Stehst du im Weg? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich stehst du im Weg. Wahrscheinlich. Und da bist du runter geflogen. Nee noch nicht. Ja hab ja fast einen Monat gar nichts gemacht. Da ist doch nicht schlimm hab ich auch nicht. So. Waren auch schon drei Wochen wo ich nichts gemacht hab. Hallo Blacky. Oder Holo waren drei Wochen wo ich nichts gemacht hab. Länger. Nee. 35 Tage. Was war alles gezielt los? Sicher. Ich war ja die Arme. Achso warte mal ich muss ja... Oh oh. Ich sollte was trinken. Das wäre nicht schlecht. Ich bin halt am 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 sterben. Machst du die Ecken nur? Ja. Das war alles. Dann war ich... Dann war ich. Dann war ich... Dann war ich dieは... Dann war ich... Dann war ich wieder... Und dann war ich... Dann war ich einfach... Ich war ja... Ich hatte auch... Dann war ich... Dann war ich auch wieder... Dann war ich... So, ich mach die Blöcke auf die Seite. Hm, die erste Seite ist schon mal fertig. Okidoki. Nein, untergeplumpst. Ist untergeplumpst? Die Musik ist ja schlimm. Welche Musik? Welche Musik meinst du denn? Sagst du meine Musik schlimm? Böse, böse, sehr böse. Was hast du für Musik aufgedreht? Hey, ich hab da Erdbeeren gefunden. So, 100% gegessen. Wo ist denn die Höhle jetzt dafür? Ich nie mal. Wo bist du Sand holen gegangen? Äh, ganz weg weiter hinter. Hoppala, da fehlt dir noch eine Ecke. Hm, hast du vergessen? Aha. Habe ich vergessen. Nein. So. Ich fahre es aber nur fast immer lieb. Wir wissen, ich fahre es immer lieb. Ich stehe immer im Weg, kannst du mich durch. Ja, sieht gut aus. Hm. Fahre ich doch. Ich geh Sand holen. Wieso Sand? Das brauchen wir ja, oder? Erde. Ja, Erde, aber kein Sand. Ja, wo warst denn du da jetzt? Erde holen. Ich bin runtergeplumpst. Wo bist du runtergeplumpst? Am Dach. Ei, 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 ei. Oi, oi, oi. So, Erde. Ich geh von da her. Ich mach mal von Arsch der Walde. Am besten. Was ist mit Arsch der Walde? Arsch der Walde. Nee. Wünschst du es nicht, Arsch der Walde? Nee. Schlimm, schlimm, schlimm. Da ist der Weg. Oh. Da ist ein Weg hier. Mach mit deinem Weg gerade ein Loch rein. Schlimm, böse Holo. Ganz böse Holo. Oh. Ganz, ganz schlimme, böse Holo. Ah, da ist wieder Stein. Wieso machst du sowas mit? Ja, aber es ist, warum ist das so? Was denn? Warum? Warum ist die Banane schief? Eifert Gegontal. Wo gehören wir denn eigentlich hin? Wer ist schief? Warum ist die Banane schief, Holo? Ach so. Warum die Banane krumm ist? Hm. Keine Ahnung. So. Wo bist du eigentlich? Ich sehe nur den roten Punkt. Ich bin geflüchtet vor dir. Ah, was ist das da unten? Salz? Oder Kalk? Wahrscheinlich Stein. Nein. Hallo. Ich fühle auch in eine Jeanshose. Nein. 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 Das ist doch schöner aus, oder? Mein Leberl sieht aber schöner aus, bis eins. Eifo. Das schreit. Das schreit ja nach Haust. Nach Haust und Liebe. Nein. Das schreit, mein Leberl. Nach Blau. Mein Scheitersport. Gottes Mord. Das gibt's Loller. Und wo kann man denn dann hingehen? Der Micky macht wieder. Wo willst du denn hingehen? Ich werde wahrscheinlich zu Micky gehen. Weil der Markus macht Zelda. Das kann ich auch schon immer mehr sehen. Ich auch nicht. Der Rocksteaf macht Zelda. Oder? Oh, lass mich mal schon was ich habe bei mir. Was vielleicht hier... Wie ihr fokt noch Fortnite? Oh, lass mich mal bei mir schauen, was ich bei mir habe. Wo wäre ich gerecht? Nee, ich gehe zu Micky. Vielleicht macht er heute wieder das Battle. Das Song Battle. Das war nämlich Leibandflügewoche. Ich bin da dran. 64, 89 genügt das? Glaube ich nicht. Aber ich kann es probieren. Okay, was hast denn du da gemacht für Hörnbln? Ja, das sind die Ecken, weil ich kann da eigentlich anders bauen. Ich muss dann wieder wegreißen. Ich habe nur mehr drei Ecken. Ich brauche ein paar mehr, oder? Hm, viel mehr. Okay. Ich mache mal den so aus. Den Rest kannst du haben. Du wolltest ja eine Spitze machen, oder nicht? Ja, eh. Ich spring schon wieder daneben. Passiert. Ich bin so gut. Ich glaube, ich spring zu spät. Richtig. Ja, du hast das falsch gemacht. Ich habe nichts falsch gemacht. Doch. Nein. Doch. Weil du nicht anders bauen kannst, Tolo. Und sie in die Höhe nicht anders bauen. Ich bin so gleich fertig. Mein Stauholo. Ungleichwertig. In 3 Stunden, in 3 Jahren. Okay. Das war zu schnell. Das war ein bisschen zu viel Speed. Ja. Ich glaube, es fängt gleich zum Regnen an. Meins. Es regnet. Wo sagst du, das geht nicht? Das geht nicht. Das geht nicht. Ja, du sagst, das geht nicht. Ich meine, die Brücke, die ich platziere, kannst du nicht anders platzieren. Das meine ich. Weil du da nicht nach oben bauen kannst. Das habe ich gemeint. Im Nachhinein kann ich es eintragen, oder wie? Hm? Ja, du kannst es ja abbauen und dann andere ersetzen. Mach ich eh. Mach ich doch eh. Mach ich doch eh. Mach ich doch eh. Mach ich doch eh. Ich glaube, das reicht auch nicht. Nee. Reicht auch nicht. Was denn? Immer noch zu wenig. Ein bisschen was habe ich eingesteckt. Ich hatte vorhin 56 gehabt. Das hat nicht ausgereicht. Ich habe noch ein bisschen was eingesteckt. 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 Ach soo, warte mal. Mir ist wieder kalt. Du musst dich verarschen. Ja, mir ist auch kalt. Ich bin wieder angewiesen. Okay. multiples Monash. Wenn du kommst. Dann bin ich los. Und wieder ins- Hier ist ein Rumpen. Hä? Da geht doch. Hier ist ein Rumpen. Jetzt finden wir noch 1, 2, 3, 4, 5, ich glaube 5 normale Blöcke. Warte ein bisschen, warte ein bisschen, ich habe noch 54 und da habe ich noch was eingesteckt. Willst du es nicht haben? Aua. Woher willst du die letzten 5 Blöcke platzieren? Was? Die letzten 5 bis da oben. Die letzten 5 Stück. Äh, warte mal. Das macht ganz so blöd aus. Man kann glaube ich auch nicht so eine Spitze bauen. Innen. Oder? Na komm. Hier machen wir einfach nur mal das Vierker rein. Ah, warte mal, da wird ein Problem. So. Äh, jetzt habe ich einen Blödsinn gemacht. Was ist denn angestellt? Keine Ahnung. Keine Ahnung gibt es nicht. Oh ja. 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 Oh nein. Oh ja. Das geht nicht so, wie ich will. Ja, was? Wenn man da runter springt, ist man kaputt. Mhm. Super. Ähm. Nein, das will ich nicht. So. Hm 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 hm. Unruh Pfalanche. Nee. Nee. Es funktioniert nicht so als man das dachte. Ichítuloide. Ja, ja, ja. Wass ich? Ich tue Erde abbauen, oder ich gehe keine Erde raus. Na, ich glaube, da oben müssen wir so normale Blöcke geben. Irgendwo stimmt er nicht. Wie viel brauche ich denn? Na, drei glaube ich genügend, oder? Ich habe einen Bach, ich kann keine Erde mehr abbauen. Okay. Oder ist keine mehr drin? Ich kann die nicht mehr abbauen, ich kriege keine mehr raus. Okay. Äh. Oh, das musst du so machen, ciao. Ja, ich bin zu blöd fürs so machen. War ich bei Valheim schon zu blöd? Und ich jetzt auch. Ich glaube, es ist der Regen genervt. Okay. Okay. Ich bin zu dumm und weiß nicht warum. Ich bin zu dumm und weiß nicht warum. Aha! Jetzt aber. Gut, die brauchen es eine Weile. Mhm. Wieso willst du es auch machen? Und passen jetzt noch die anderen Blöcke? Ne, gell? Und oben sind solche Spitzen drauf. Was für Spitzen drauf? Und mal einen Spitzen. Gibt's? Hm. Gibt's zwar lustig aus, aber... Na, mach mal. Sieht wirklich optisch gut aus. Schaut aus wie ein Dino. Den passt doch gut. Wie ein Dino. Raustach ist fertig. Aber ja, also... Was machen wir mit dem Rest? Ja, also später vielleicht. In eine Kiste rein. Hm. So, äh... Wo sind die Kisten? Oha, drin ist es nicht kalt. Komischerweise. Drinnen ist es nicht kalt? Okay. So, jetzt brauchen wir nur mehr Holz sammeln gehen. Weil... 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 Ich muss mich nicht mehr erinnern, das noch machen, ne? Sag einmal, der Max hat mir das noch mitten im Weg gespielt. Ja, äh, überleg, wo willst du... Was machst du da? Oder... Ich vermogst den Blöcke abbauen. Was? Die falsch gebauten Blöcke abbauen. Wo sind wir falsch gebaut? Falsch gebaut? Über mir. Hier. Ach schon. Die zwei hier oben. Äh... Egal. Äh... Sollten wir mal die ganzen Tische reinholen, oder? Hm. Blitz. 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 Blitz! Oh... Da! Ich platziere, 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 die Ball hin. Oh, der ist zu lang. Hm? Der ist zu lange. Ist der wurscht? Na ja, wo stellen wir den hin? Was tun wir hier hin? Hm? Passt doch. Irgend. So? Hm. Oder ist der verkehrt? Nö, passt. So. Wo kommt der Amboss hin? Oh, hier schon. Ähm. So, jetzt machen wir da mal zu. So. In die Ecke gepackt. Ziehen wir da einen Boden ein, dass wir Oman schlafen oder wie? Wie willst du oben schlafen, wenn da ein Dach ist? Hm? Wie willst du oben schlafen? Indem wir da einen Boden einziehen, eine Treppe rausgeben und darauf die Betten stellen. Du hast da eigentlich keinen Platz oben. Du hast da eigentlich keinen Platz oben. Du hast da eigentlich keinen Platz oben. Da reicht der Platz nicht. Da reicht der Platz nicht. Nee. Für zwei Betten? Nein, das reicht nicht. Nein, das reicht nicht. Nein, nicht ganz oben. Da, beim zweiten Boden. Da, da. Nur zwei Betten. Mach ein bisschen. Ein Bett hier hin und ein Bett da hin. Steht einmal. Du bist da drüben, kann man ja auch noch. Warte einmal. Wo ist denn eine Treppe? Äh, Holztreppe oder andere Treppe? Gibt's das überhaupt? Für Betten war für 32 Wolle. Was? 32 Wolle oder 16 Stoff. Was? Was? Was ist so drüten, natürlich. Hm? 16 Stoff brauchen dafür. Wie war's? Im Bett. Äh, Leitern? Dann Leitern der Treppen. Wer weiß? Oh, Element. Dann gibt's die Strenke. Regal. Modernes Regal. Provisiert. Normaler Regal. Verschiedenes. Ne? Deko. Ne? Ventilator gibt's da auch. Stühlenbetten. Stühlenbetten. Badezimmer. Okay. Leitern Gelände. Hüter. 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 Schiffen. Beton.. Aua. Aua. Oua.. Warte einmal die Treppen kann man ja so machen. Holzplanken, Holzblöcke. Genau, was für eine Farbe hättest du gern? Hullu, soll ich dir was sagen? Hä? Machen wir in zwei Jahren. Oh, ja, okay. Ja, ich hab zu spät geschaut. Das muss man mit den Blöcken ein. Wir können die selben Stufen machen. Nein, wir machen andere Stufen. Aber ich glaub, das kann man da rauf. Wenn wir da beim zweiten, da beim zweiten, ans Roten einziehen. Ich bin ziemlich müde. Gerne, dann geh mal. Dann würde ich sagen, danke bis zu schauen. Ich noch nicht. Danke bis zu schauen und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Gutes Nächste. Tschö, bitte. Ichuchze. Tschö, bäst Mund. Ichuchze. Und fast zuinha customers.